Hallo, Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Astronia mit eurem Subvertrennen und wir fangen wieder in die Höhle. Wir sind noch Silber, das ist hier unsere neu aufgeräumte Hauptbasis. Aktuell sieht es halt so aus. Wir haben ein bisschen Forschung. Hier habe ich alles umgeräumt. Hier ist unsere Materialstation für Erde. Das hier kommt noch weg. Das kommt noch woanders hin. Schredder, Handelsstation, also Zeug zerschreddern. Wir tauschen das Zeug gegen irgendwelche Kramen oder wenn gerade Events sind, so wie momentan. Und hier hinten ist unsere Druckerstation. Die kommt da auch später weg. Die kommt hier drüben hin. Für unsere Lagerei. Falls ich die Lagerei da mache, werden wir das sehen. Bin mir noch nicht sicher. Oder in die Richtung. Wahrscheinlich doch eher nicht. Ich weiß es nicht. Ich entscheide das später und spontan. So, nichtsdestotrotz ab geht es um die Höhle. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen rumgeschoppt. Ups. Wir haben jede Menge Zeug gefunden. In der zweiten Etage. Und davon will ich noch ein bisschen was abholen. Wie viel gewendet. Ohne alles zu grammatronieren. Aussteigen. Nicht rutschen. So, Forschungsknobel auch da. Forschungsknobel auch da. Und dann hol ich mal das nächste Paket. Vielleicht schnüren wir jetzt gleich nochmal ein Paket. Ist da noch einiges übrig. Mal gucken, ob er das wieder finden. Ganz schön weit weggeschaut. So, hier dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Ne. Und dann. Und die used nie ein Problem. So, was haben wir denn noch schönes? Haben wir noch eine etwas größere Plattform? Hier ist eine etwas größere Plattform. Dann machen wir mal, das lassen wir da drauf. Wir nehmen den Nobbel mit, wir nehmen den Nobbel mit. Das tragen wir so. Wir gucken, dass wir einen Boxen haben. Wir gucken, ob wir die Boxen aufmachen. Das ist natürlich gewesen jetzt noch schön, aber den hier reinpacken hätte ich noch mehr Platz Aber jetzt geht leider nicht, weil das Ding kaputt ist Nichtsdestotrotz da sehe ich noch die Schwungforschung Immer schön mitnehmen, es waren schon wieder 150 Forschungen Da drüben sind Kristalle, wenn ich brauche Aber jetzt gehts in diese Prüschung Ich würde jetzt nicht knicken mit dem Ganzen Aber da sind wir ja sowieso Komm ich hierher Komm, 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 komm Komm, komm, komm Komm, komm Komm, komm Komm, komm, komm Komm, komm, komm Das macht ihr einaaa Tun würde Ich werde das hier aufbauen. Das ist natürlich verständlich, dass ich das nicht einfach so in der Hand tragen kann. Aber es wäre einfacher für den Transport. Aber es soll ja auch nicht einfach sein. Wenn es zu einfach ist, macht das Spiel ja ganz Spaß. Nicht da rein, das kannst du mitnehmen. Aber bitte nicht da rein. Dann brauchst du Daten. Und da sind wir auch schon wieder. Im Engelsbereich. So. Was habe ich denn jetzt angeschüttet? Jetzt gibt es das hier. Einer kommt nach da. Und einer kommt. Da. Da. Mehr Platz habe ich nicht. Da muss ich dann alles oben wegräumen. Dann. So. Und. Das machen wir so. Und davon nehmen wir nochmal einen so mit. Und dann fahren wir wieder hoch. Und dann testen wir das. Ob ich da oben zwei von den Forschungsdingern an eine Station heranflügen kann. oder ob das nicht. Wird schon cool, wenn das. Wenn das anleert. Gut. So. Da. Dann kommen wir an. Wieder aufsteigen. Wie geil ist das denn? Coole Sache, coole Sache, bin entzückt, so hier ist mein Krams und Geböns, bei Krams und Geböns kommt hin, gibt Sprengstoff, kann heran, das grüne muss hier nicht hin, ein paar Packer, und das mache ich gleich da drüben heran, guck mal, da fang ich gleich auf die Gas, weil ich immer noch nicht weiß, wie die Funk kommt hier, wahrscheinlich ist es super simpel, ich bin einfach nur verpeilt, das zu tun. vor allem so, kleins drauf, hier, so, 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 boons, beine, hier, 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 ich sag del geweint, so, voll, so, undتى das war, das war er, gerade, so, 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 verb, iron, kriets, so, lived so modification, super, misst, hat es sauer, ganz ehrlich gesagt, also, einmal im comparisons, so, rum, maus, es ist, r студ, Mit dir werde ich auch noch was schönes anstellen. Ich würde gerne einen Schredder drauf bauen, aber nicht jetzt. Und mit dem dann durch den Weg fahren und dann gleich unterwegs über einen Schredder. So mal wieder auf den Gang. Schon cool, der Buggy. So, tsch, tsch, tsch. So, jetzt fahr ich noch mal runter. Ich fahr noch mal runter. So, ab geht's in die Höhle. So, von dem Haufen hatte ich ja quasi alles Gute mitgenommen. So, hier ist noch ein Vorschung. Jetzt nehme ich die Kamera drauf. Auf der Tür. Dann habe ich noch... Dann werfen wir mal einen Blick in die Höhle. Dann noch mal... Dann habe ich noch mal runter. Dann habe ich noch mal hier drauf. Oh, das ist auch ein Vorschung. 'shoh. Das ist die Menge Aluminium. Das ist Sage. Das Event muss immer noch 300 Aluminium sammeln, was einfach mega krass hier ist. Ich will nicht 300 Stück alle mit Hand sammeln. Ich würde eigentlich so etwas Taktor-Bild haben. Aber ich bin vom Spiel her noch nicht so weit. Ich könnte den theoretisch sogar schon bauen, aber ich habe nicht das Material. Ich bin da gehandicapt auf jeden Fall aktuell noch. Aber ich könnte jetzt erstmal das mitnehmen, damit ich oben wieder voll die Hand da oben angehoben habe. Was mir aktuell fehlt. Da drüben muss man das alles nur... Da hinten sehe ich was blinken. Da hinten steht noch irgendwas. Ich muss mal neue Rippen bauen. Musik 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 Das war Zwei, ob ich das richtig gewinnen habe Einmal Zweimal Was? So was habe ich denn hier drin? Toll, einfach nicht zu erkennen Da ist auch nochmal Aluminium. Ich bin nochmal hier. Also es liegt so, als wäre kein Aluminium da, ne? Ich bin eigentlich nur zu faul, dass alles mit der Hand auskommt. Reine ein Stück. Du weißt, wie oft die Farbe ist. Wie viel Ballye voll in Arme. Wie viel Ballye voll in dem also ich hab noch mal wieder ein Gnobbel ich glaub ja ich bin zigzag durch die Kante da ist wieder was ja 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 Duh, 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 duh. Drei haben wir wieder. Drei haben wir wieder! Drei haben wir wieder! Oh, oh, oh. Drei haben wir wieder. Drei haben wir wieder. Wieder über den Stromdinger eins. Da hinten sich noch ein Gnogel. Ich hör hier irgendwas komisches. fuhh. Ja. Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bringe mich nach Hause. So, um mehr Spannendes habe ich ja jetzt hier nicht gesehen. Boah, Loch. Das Loch, bitte. Ja. Machen Sie mal bitte. So, und dann holen wir den anderen auch die Hunde rein. Dann haben wir wieder drei. Hier ist noch ein böses Loch. Hier war er doch, genau, Zeit. In die Hand und los geht's. Oh, voll. Schön wieder wieder. Sehr geil. So, cool. Das kann hier bleiben. Da finden wir mal den Vollstar. So. Glatterit. Glatterit. Und noch ein paar von denen hier. Der passt nicht. Alles klar. Gut, eine Fuhre bitte nach oben. Wir müssen unten mal ein bisschen den Ersendeplatz abbauen, glaube ich. Das geht. Ist schon eng. Gut, eine Fuhre bitte nach oben. Das ist einfach so gut drin hier. Oh, eine Fuhre bitte nach oben. So, coolen Stoff. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, genau, gut. Ich bin ein Aktion hier. Ich muss immer noch auf den Blöden Planeten durchmachen. Jetzt hat sich mein ganzes gutes Zeug einfach irgendwo hingeschmissen hat in der Wallachallen und dann einfach wieder weggeflogen bin. So, ob ich einfach Kampel mitnehmen kann. Das ist nix. Nix am Start hier. Leuchtbieten. Für Leuchtbieten brauche ich wirklich keinen. So. 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 Wir fliegen jetzt einfach los. Also wenn es klappt. So, ich lass uns auch gleich verpacken vielleicht auch gleich bekommen. Oh nein. Glacier hat Glacier-O 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 Das ist von Algon Nutzung war ja unbedingt auch noch so ein Thema Ich glaube, Vesania waren wir auch schon Macht das Sinn nach Vesania zu fliegen? Auf jeden Fall Algon Wir fliegen nicht So, mal gucken Ich bin mir nicht sicher Ich glaube, wir waren hier schon Aber ich kann mich auch täuschen Aber ich kann mich auch täuschen Wenn nicht, landen wir hier Direkt neben dem Teil Wir schauen erstmal, ob er irgend so etwas anzeigt Aber wenn nicht, dann geht Er ist ein bisschen Er ist ein bisschen Er ist ein bisschen Versteiglos Der Ich kann mich auch einfach nicht mehr erinnern, wo ich war, ne? Schon? So viel Zeit zwischen den Ganzen. Das hier sieht auch so dicht aus. Da sind keinerlei Anzeichen irgendwo. Komm in das, das ist direkt bei mir. Ja. Okay, hier waren wir noch nicht. Das war ja so klar. Jetzt müsste er wieder so kommen. War ich hier schon mal? Ja, aber ich kann nicht super gehen. Ich bin auf der Flachfahrt gerade. Ich nehme mal meine Lockhart. Wir gehen mal ein bisschen drücken. Hallo? Wir gehen mal hier zu dem Ding. Was, was, was? Du Scheiße. Ach du Scheiße. Wir waren definitiv gar nicht auf dem. Wird überschossen von allen Seiten. Noch einer. Wo denn? Aua! Alter! Der. Das da schlägt zu. Was seid ihr noch zu ska? desertiert der... alle início. voll der herz krass war 2 minuten auf dem planeten hier waren wir doch nicht dann habe ich mich betäuscht hier gibt es auf jeden fall gelb und grau das ist schon mal gut dann können wir arbeiten ok ok die gelben das war auf diesen auf diesen radioapieten können wir die wir so irgendwie brauchen ja auf auf Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Leuchtfeuer, damit ich weiß, dass wir schon mal hier sind. So, hier ist die Basel. Schade im Land. Brot. Großer Gotter, dahin. Schade im Land. Na, aber ich schreien. Das da ist böse. Das da kann man mitnehmen. So. Gelb und Trauer waren hier drüben. So. 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 Oho, da drüben ist irgendwas Waldmüssiges. Ok, machen wir erstmal das Gelder. Okay, das war das Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist einmal Tasche voll und Panister voll auf. Wenn ich das hier weiter mache, dann komme ich bis an den Berg. Das ist schon ziemlich erhöht, wo wir so spielen. Aber ich brauche auch nicht unendlich Platz, ich will ja keine Wiese auf die Basis haben. Gut, ähm, wir haben Gelb. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal einen mittleren Drucker. Ja, das ist... Zwei Gemisch willst du haben. Na, die hab ich jetzt nicht überraschen. Dann gib mir eine Plattform. Dann willst du Strom dafür haben, den ich nicht habe. So, das heißt, ich muss es für Strom bauen. Kleiner Drucker von Papern und Papern und Papern und Wind. Brauche ich Glas, habe ich nicht. Kleiner Generator. So. Kleiner Generator. So, kleiner Generator. Anschließend. Anschließend. F-Brücken. Und Start. Du-du-du-du-du. Und... Auge. Gut, ähm, jetzt brauche ich... Für den mittleren Drucker. Für den mittleren Drucker. Ich muss erst das Geld ablegen. Dann zahle ich dann Platz in der Frangerie. Warte, das brauchen wir gleich hier drüben. Dann legen wir das alles hier hin. Die sind voll, die brauchen wir jetzt nicht. Und das brauchen wir jetzt auch nicht. Die sind voll, die sind voll, die sind voll. Die sind voll, die sind voll. Die sind voll, die sind voll, die sind voll. war das alles? mehr gibt es ja nicht? zwei stück, das war nicht doll, aber ich habe ja hier drüben noch gewohnt den muss ich erstmal bekämpfen was? 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 Das ist ja auch schon. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Passt, nehmen wir. Nehmen wir auf. So, dann will ich haben einen mittleren Drocker. So, und Drocker. So, und dann will ich eine Plattform. Schöne, große Plattform. Schöne, große Plattform. Okay. So. So. Achso, da halte ich mal noch. Mach nur noch mal eine Kappe auf jeden Fall. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, so, wir kommen dann noch hin. Ach, du schiebierst. Dann hier wieder. Und hier ist noch eine Forschungsnubbel. So, was haben wir denn hier schön? Oh, der Leer, der Leer, der Leer, der Leer. Der Victor. Der Leer, der Leer, der Leer, der Leer, der Leer. Der Leer, der Leer. Der Leer, der Leer, der Leer. Der Leer, der Leer, der Leer. Der Leer, der Leer, der Leer. In die Richtung, alles klar. Da. Der Leer, der Leer, der Leer. Der Leer, der Leer, der Leer. Ich hole dich gleich glabbeln. Okay. So, dann hole ich mal den Forschungskümmel, den Dingling, den habe ich direkt noch eingesehen. Das hier sieht noch nach Grafik aus. So, dann hole ich den Weg. So. Hallo? Du bist fertig. Erste Plattform. Gut. So. Dann hätte ich gerne als nächstes den Schmelzwerfen. Was ist das? Generator leuchtet. Den Kopter habe ich nicht und Glas habe ich nicht. Aber ich muss los und gucken, ob ich irgendwo was finde, was rumliegt. Das können wir natürlich auch machen. So. Suchen wir. Irgendwo abgestürzten Sternfunden. Ein bisschen Exploring. So. Warum wir in der Forschungsstation? Die kann ja nicht dabei laufen. Und wir haben schon wieder gestanden. Ah ja. Vielen Dank für Zuschauer an dieser Stelle. Ähm. Dieser Planet ist sehr farbenfroh. Und äh. Wirkt auch die ein oder andere Gefahr. Schießen dann irgendwas. Die Pichern. Banden. Die Pichern. Und. Und. Ja. Ich glaube hier vorne ist gleich die Höhlen. Ich glaube hier vorne ist gleich die Höhlen. Und dann. Tja. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dieser Nitze. Ich bin da hingegaufen. Also wache ich noch bei den Seiten? Ich bin da hingegaufen.